Hallo meine lieben Landraten und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Warships Und heute ist wieder, eigentlich muss man ja schon fast mittlerweile sagen, der Haus- und Hoflieferant für Replays am Start Und zwar der bei Delarus, vielen lieben Dank mal wieder für dieses Replay Der ist sehr fleißig und der schickt einfach immer auch geile Sachen ein Hier haben wir nämlich das Tier 9 Schiff Musashi Haben wir noch nie gesehen, ist ja auch ein bisschen frisch Und dementsprechend umso schöner das jetzt sehen zu können Hierbei handelt es sich um ein Schlachtschiff Und wir sehen schon diese Mighty Kanonen vorne Zwei Türme vorne, ein Turm hinten in Summe, neun Kanonen Also da ist einiges potenziell am Start So, die ersten Schüsse, die gehen da raus Richtung Izumo Ja, ne Zitadelle und 32.800 Damage Das ist mal so ein Auftakt nach Mars Genau so will man das am Anfang Mal schauen, ob die nächsten genauso verheerend sein werden Auf jeden Fall sind das jetzt nicht so unbedingt die dickst gepanzerten Schiffe im Spiel Und ja, Gott sei Dank für den Gegner nur 1400 Damage Für ihn natürlich sehr schade Hier jetzt die gegnerische Musashi 13.000 Damage Die Tops, die sind Gott sei Dank weit genug weg Das ist erstmal gar kein Problem Die Neptun ist natürlich so potenziell auch so ein Schiff Was nicht so gut mit Krachnachten umgehen kann Und genau so ist es auch hier Over 15.000 Damage Der Gegner macht es In der Form Hier, also die Neptun, klar Die kann jetzt nicht mal schnell auf HE umladen Die Musashi von vorne Vielleicht nimmt die HE Weil in dem Winkel tut sich er hier mit der Musashi ganz leicht, muss man sagen Und da hat er noch mal den Zita rausgepackt Damit auch bei 85.000 Damage Und jetzt hat er keine anderen und schöneren Ziele mehr als die Musashi Und jetzt ist es ein bisschen auch hier die torpedos kein problem da hat er sich perfekt in die mitte manövriert sieht so aus als ob er jetzt langsam so in den angriff gehen würde es denkt er sich musashi lang genug jetzt gehe ich für dich also er hat hier mit den torpedos aktuell nicht wirklich große probleme auch wenn hier der zerstörer in gut auf den sack geht aber er bleibt am ball die neptun natürlich so weich gepanzert für ihn dass da hoffentlich jetzt mal einer richtig scheppert und das hat auch gemacht 16.000 damage neptun ist kurz davor hier das zeitliche zu segnen nur noch 1700 hit points also das darf jetzt eigentlich nur noch eine sache von sekunden sein und jetzt ist die neptun doch endlich mal raus und die letzten verzweifelten granaten kommen hier noch an aber das ist für ihn jetzt erstmal eher egal noch mal eine zitadelle also es läuft einfach die musashi damit jetzt auch raus und hier die nächsten torpedos aber naja so richtig drauf hat der zerstörer da nicht und die missouri die glaube ich weiß nicht dass sie jetzt hier ins fadenkreuz von ihm gelangt mal schauen wie die schüsse denn so aussehen aber ich glaube da bremste die fahrt grad noch so ab und dementsprechend kommen die nicht so an schade drum aber irgendwie auch zu erwarten dass die da jetzt gleichen richtungswechsel vollziehen wird schal mattel in gut machbarer distanz schal mattel in gut machbarer distanz gerade mal zwölf kilometer aber leider hier schlechter winkel und auch nicht gut getroffen aktuell die runde selber muss man gestehen ist mit fünf schiffen nieder vor der verlust auf seiner seite und vier beim gegner noch sehr ausgeglichen gegner hat aktuell noch zwei caps aber sie sind hier dran b zu holen entschuldigung sie hatten hier zwei caps und der gegner holt sich b so ist es richtig interessiert ihn aber nicht denn er haut einfach noch mal eine zitadelle raus ist damit schon mal 162.000 jetzt müssen wir aufpassen weil jetzt hat er zwei caps und 170 tickets vorsprung nicht dass das hier plötzlich einmal einseitig wird diese runde kann natürlich immer schnell passieren dass plötzlich ein zwei schiffe noch zerstört werden der hat gesessen und man auf einmal vor dem scherbenhaufen sozusagen steht das will er natürlich nicht die missouri die ist auch noch rappelvoll mit 64.000 hit points kommt sie da entgegen hier einundzwanzig tausend hp die waren aber mal ordentlich und das trotz dass die missouri hier nicht irgendwie schön seitlich her gekommen ist das macht natürlich viel mehr spaß so aber jetzt die nächste salve die können spannend werden ja nochmal 24.000 schaden also jetzt hatte die missouri sich gut portionsgerecht hingelegt sozusagen und jetzt final weg gemacht nochmal mit einer zitadelle also die wollte auf jeden fall haben das gegnerische team steht kurz vor dem sieg gegner hat noch zwei schiffe mehr und den cap das ist natürlich eher doof aber da ist noch nicht der trops gelutscht besonders hier mit so einer hippa die nicht mehr viel hat auch eine chapayev mit 14.000 hp die kann man gut und gerne mal raus wummsen so mal die nächsten schüsse auf die hippa oh ja da hat der eine die eine einzige granate hat es noch ausgemacht denn die hat die hippa versenkt das gegnerische team steht kurz vor dem sieg er brennt hier ein bisschen aber ja alles halb so wild aktuell noch jetzt dreht er hier ein bisschen ein um jetzt den nächsten hit raus zu hauen wird leider wieder angezündet diesmal heilt er beziehungsweise löschte er den brand heilung hat er gleich wieder ready da hat er die krake freigelassen mit einem feuerwerk hat er hier nochmal die zitadelle ausgepackt und die chapayev war eher schon aus dem winkel wo ich gesagt habe jo das wird nichts mehr nochmal weg gemacht schöner effekt übrigens hier im spiel dann da zu sehen sobald die krake freigelassen wird das gegnerische team steht kurz vor dem sieg noch mal 7000 und bekommt sie zeitlich auch ordentlich der dev von der izumo ist wichtig denn damit gehen sie schiffsmäßig in führung und der gegner hat jetzt nur noch die missouri und die akatsuki am start da wird noch mal salut ins wasser geschossen vielleicht als kleine andacht der gefallenen matrosen beziehungsweise 16 sekunden reload was er da gefragt worden ist im chat das ist natürlich schon eine hausnummer diese sehr geringe anzahl an reload nicht mal 20 sekunden da gibt es kreuzer die noch da happy werden über diesen wert mit 16 geschweige denn schlachtschiffe jetzt geht ein bisschen mehr auf die aufbauten sieht man ganz gut um nicht die abprall dazu bekommen und macht da immer noch ordentlich schaden noch mal knapp 13.000 zusammengerechnet und jetzt hat die missouri da sich den sturkopf sozusagen abgeholt war jetzt vielleicht nicht unbedingt notwendig da den ram kill zu gönnen aber mein gott vielleicht taugt sie mir einfach mehr so er ist jetzt ein bisschen am zurücksetzen um möglichen torpedos aus dem weg zu gehen und jetzt sind sie nur noch knapp 110 tickets dahinter mit zwei caps torpedos voraus da sind die torpedos die er schon erwartet hat hat er schön vorher gesehen und deswegen gehen alle vorbei die Sie holen natürlich jetzt dramatisch auf. Knapp 80 Tickets ist jetzt noch ein Unterschied. Und er schreibt auch noch, das ist sein erstes Gefecht mit diesem Schiff. Also so, wenn immer die Einstandsrunden wären. Ich glaube, da würde jeder von uns gerne nur noch erste Gefechte haben. Er ist natürlich jetzt offen. Ist aber natürlich kein wirkliches Wunder. Bei 13,5 Kilometer Aufdeckweite. Und da ist der Gegner offen. Die Akatsuki, die macht es nochmal spannend. Denn die nimmt jetzt da sein Meld raus. Aber da muss es jetzt schon mit dem Teufel zugehen, als dass er sich hier diese Runde noch nehmen lässt. Langsam aber sicher kann ich auch schon mal sagen, es war mir ein Fest, diese Runde zu kommentieren. Was haltet ihr denn von der Musashi und dem Tech Tree? Beziehungsweise was haltet ihr denn von der Musashi? So ist es richtig gesagt. Lasst doch das mal in die Kommentare. Habt ihr da schon Erfahrungen damit gemacht oder als Gegner gehabt? Mich würde es interessieren, was da ihr dazu sagt. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer EINKARAMBA Gegnerischer Zerstörer versenkt. Dankeschön.